Hab ich! Ich hab geklickt! Okay. Um eine Combo aus den Angriffen auszuführen, drücke während der Fall aus... Okay. Also einfach ganz schnell Spam. Okay. Einfach immer eventuell schreiben. Ja, zum Beispiel. Hallo A.U. Ja, also wie gesagt, also wenn ich halt wirklich eine Frage an den Chat hab, dann sage ich direkt, Chat könnt ihr mir helfen. Aber ansonsten ist es halt so eher laut gedacht, damit ich überhaupt was sagen kann in diesem Spiel. Wird auch gleich wieder weg sein, will ich zu viel sehen. Das kann ich voll verstehen. Äh, Teron hat sich auch schon abgemeldet, weil er es auch noch nicht gespielt hat und sich jetzt halt auch nicht spoilern lassen will. Also das kann ich voll verstehen. Sehr ehrlich, du spielst das doch nur direkt nach Watch Dogs, weil du deine Hacker-Karriere anstrebst und dir jetzt noch überall Tipps abguckst. Wenn man im echten Leben einfach eine Tab-Taste zur Verfügung hätte, wäre Hacken gar nicht mal so schwer. Also halte, gedrückt und dann loslassen. Okay. Wenn deine Ausdauer kritisch niedrig oder ganz verbraucht ist, verringern sich dein Schaden und dein Angriffstempo. Danke, Owen. Ich wünsche dir dann, wenn du das irgendwann mal spielst, auch ganz viel Spaß. Und einen schönen Abend wünsche ich noch. Ja, du kannst eh nichts sagen, weil die dauernd labern. Deswegen rede ich jetzt, weil hier ist gerade Tutorial-Text und da ist Ruhe. Da kann ich reden. Ja, aber an sich reden die schon echt viel. Ich bin mal gespannt, wie es dann später wird, wenn wir vielleicht so ein bisschen auf eigene Faust auch durchs Spiel gehen können, ob da immer noch so viel geredet wird. Ja. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Ja, wahrscheinlich nicht so sehr. Schnelle Angriffe fügen einem blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zu schaden. Hab ich! Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf null fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen, wie deine schweren Angriffe ihre. Wie soll ich das dann blocken? Oh! Wenn man im richtigen Moment blockt, schlägt man zurück. Oder? Okay. Alle Bugs gefixt. Okay. Okay. Hier immer in T-Pose geht. Los! Drücke bei einem eingehenden Angriff, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwenden und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Das habe ich gerade schon zufälligerweise gemacht. Der Angriff kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutze das, um einen Konter zu landen. Bin ich in Hocke? Oder warum bin ich so komisch klein? Naja, du bist mir ziemlich nah. Irgendwie ist das hier noch ein bisschen... Mal ist er groß, mal ist er klein. Der Dude hier. Aua. Der backt ein bisschen nach oben und unten. Danke, Owen. Weder zum Ausweichen. Meine Finger können das nicht. Warte. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft hat. Warte. Ich habe doch hier Steuerung. Was soll jetzt? Okay. Du hast den Pfad des Trottes gemeistert, junge Nubizen. Ich kann denen nicht mehr beibringen. Zeig mir deine letzte Prüfung. Warte. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Ein Katana. Okay. Ich hab schon wieder alles vergessen. Egal. Okay. Das... gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Das war jetzt... relativ einfach. Triffst du noch eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Oh, mit einer Granate wieder wäre lustig. Moment. So wird das nix. Wieso schießt du? Deine Ausdauer ist einfach... Habe ich ne Waffe? Nicht schlimm. Gleich nochmal. W- Ich hab nur ein Katana. Und die haben einfach... Die können schießen? Was leben die denn noch alle? Super. Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück wie. Du kannst sagen, jetzt sagst du nix mehr oder was? Wir haben alle Tutorials geschafft. Jetzt geht's raus ins echte Leben. Und? Nicht schlecht, oder? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir's durch. Ich hätte gern Katana. Ich bin da. Was geht los? Ich bin da. Was? Warte mal, ich muss kurz was aufschreiben Jacky. Warte kurz! Was? Warte. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Warte, hier ist 12.38. Warte, hier ist 12.38. Ja, jetzt ist der mir ins Bild gerannt, oder was? So. Ab jetzt leise. Lass mich mal gucken. Jetzt loot. Das ist jetzt das Zeichen dafür, dass wir das untersucht haben, ja? Okay. Wie? Ardun! Benderos vor uns! Helle, die gehen leise, wie? Leise. Sonst entdecken die uns. Hättest du nicht besser hingekriegt, ne? Was ist das hier? Das gelb? Wir nehmen alles mit. Der Feind schläft nicht. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Warte, wie kann ich dort reingehen? Gar nicht, ne? Aber ich kann Ablenkungsverneuver machen. Ich kann halt leider nicht durch Wände gucken. Okay, der ist relativ lange abgelenkt, aber das sind halt zwei. Ich würde gern schleichen. Ich würde gern schleichen. Der kommt. Der guckt halt hier in meine Richtung. Das ist doof. Warte. Was soll der Scheiß? Ist das alles böse? Wo? Scheiß dich in Stücke! Mauernschäden! Die Endikation! Es sind noch mehr Scams. Der Laden muss sauber sein. Ihr wollt doch die Zielperson nicht unter Beschuss da halten. Keine Kugeln im Rektor. Du hast ja so recht. was schießt du denn nicht ordentlich junge wie lange brauchst du denn oh jackie ist tot das ist jetzt ungünstig jackie zwei sind halt da noch jackie du läufst mir halt immer in den weg merkst du lass mich das einfach mal machen okay da oben sind noch zwei gegner angezeigt wo schießt du hin du schießt auf den kühlschrank das ist ja ein er ist einfach hinterm vorhang die schuss habe ich eigentlich noch sehe ich das habe ich unendlich sehen halt nicht mal aber da ist doch noch ein roter totale gegner da ist doch noch was rot jetzt ich kann hier nicht oh yeah er führt den beat er lebt ja noch ich möchte looten und wurde loot versprochen oh hier hätten wir durchsneaken können die wechsel ich jetzt auf die nahe kampf auf über juni hier sind so texte die schreiben könnte niemand liest ja ich weiß auch noch nicht so richtig habe ich hier war ich ja noch gar nicht drin in dem menü gewähren wir keine klamotten ach wir haben einfach eine weste kleiderschrank kannst du aussehen verändern indem du ein gespeichertes outfit aktiviert dafür musst du zuerst ein outfit im kleiderschrank eines deiner apartments erstellen in deinem inventar kannst du das gespeicherte outfit dann aktivieren wodurch das aussehen deiner ausgerüsteten kleidung durch eine holographische projektion verändert wird die werte der ausgerüsteten kleidung sind davon unabhängig ich finde die frisur voll cool kann ich sie drehen guck mal ich finde die frisur richtig nice bisher habe ich nur eins aber es klang so wie man kann wahrscheinlich mehrere haben ja hier kann ich noch eine waffe ausrüsten ich hatte doch eine nahkampfwaffe oder nicht gerade eingesammelt ich habe keinen midi kit mehr so hier rucksack muss fünf prozent maximale gesundheit dauert 150 sekunden ist ja nix Ah, hier oben. Es gibt ein Maximumgewicht, was wir tragen können, Julia. Große Frage. Werde ich dieses Limit erreichen? Guck mal, ich habe hier schon einen Champagnerkühler, die Gebetskette, Handschellen. Ich kann das zerlegen. Aber man kann das auch verkaufen, aber es gibt 3 Euro-Dollar. Ja, vermutlich schon heute. Guck mal hier, da sind Moddinger da. Modplätze. Quickhead-Komponenten. Komponenten. Das ist halt auch noch gar nicht, wofür ich das alles brauche. Item-Komponenten. Kategorie 1, Kategorie 2. Guck mal, ich kann doch hier, ich zerlege mal irgendwas, was nicht so viel wert ist. Das kann ich nicht zerlegen. Das kann ich zerlegen. Dann mal Z. Okay, dann kriegen wir die Komponenten da. Ah, das zeigt mir sogar an, ich hätte gar nicht zerlegen müssen, wo ich dann was dazu bekomme, bei den Komponenten. Was? Panzerung. Ich habe 8 Panzerung von 75. Cyberware-Kapazität. Ich habe schon 14 von 24. Okay, ich glaube, das wird uns nach und nach noch erklärt, oder? Okay, das sind die Attribute, die wir am Anfang hatten. Wir müssen das nutzen. Damit wir das leveln. Oh. Eine Karte. Ich glaube, hier sind wir gestartet. Dann sind wir hierhin gefahren. Und dann sind wir hier zum Grenzposten, oder? Ich würde sagen, da unten sind wir gestartet. Pazifika. Pazifika Coast View. Oh, unten hast du stehen, welche Gangs da am wichtigsten sind. Wir sind jetzt in North Oak. Wir sind die Tiger Claws und die Mox. Ah, hier wohne ich. Mitten in der Stadt. Voll gut. Das ist unsere aktuelle Mission. Abgeschlossen. Aber wo sind denn jetzt diese ganzen... Ich habe doch schon so ganz viele Sachen gesammelt, so Texte und so. Sind die denn einfach weg, wenn ich die nicht lese? Oh, muss ich die dann immer direkt lesen? Kann ich die nicht später lesen? Im Journal? Aber wo? Hier sind abgeschlossene Missionen und aktuelle Missionen, aber nicht die... die Texte, die ich einsammle. vielleicht kommt es noch. Ich bin ja erst am Anfang. Ich glaube, du hast ja später auch noch ein Telefon. Das wurde mir ja auch noch nicht vorgestellt. Aber wir haben schon 1%! Oder wofür steht die 1%? Ha? Haha! Scheiße!